Und nur noch einmal, viele Sieger, einen großen Applaus! Wunderbar! Das ist wie bei der Olympia, die sind kommend aus dem Becken, die sind schon in die Höhe, soll ich sagen. Den Pokalballball, jetzt bitte ich einfach mal in die Preise. Ah, ich bin 200 Preise. Für die dritte, komm mal her. Komm mal her. Ja, die kann ich hier. Für die dritte gibt es die neuen Wangerhuber To-Go-Bäcker. Taffee-Bäcker? Für den dritten Platz gibt es die neue Wangerhuber To-Go-Bäcker. Von der Schmacken und Tee, einmal Spakette. Von der Schmacken und Tee, einmal Spakette. Und von der Schmacken und Tee, einmal Spakette. Und zwar für jeden eins. Für den zweiten Beraterin gehört ein 10-Euro-Unschein. Also, Wahlmeldung gibt es für die Sieger. Da müssen wir uns nicht verlassen, die gibt es in der Antwort. Und was wirklich eine schöne Idee ist, die ganze Mannschaft darf im Hotel für einen Park zusammen frühstöckeln. So, jetzt gibt es ja noch die T-Shirts. Die T-Shirts. Das hört ja gar nicht auf, das ist ja wie Weihnachten hier. Und guckt auf das Foto. Guckt auf das Foto. Ich wusste, ihr passt da oben. Ich weiß eigentlich, was ihr biebt. Ja, ich weiß, was ihr biebt. Und wer ist die? Ja, ich weiß, was ihr biebt. Herr Pema. Oh, der Rektje-Rekt von Kürsjahr. Komm an. Oh, was haben wir tun? Sehr gut. Wir singen alle zusammen. Wir haben die T-Shirts. Ich habe euch dann den verliebten T-Shirts-Koll-Notierin, der 27. siegte ist. Da haben wir dann das 8. Turnier. Und, äh, diesmal, äh, habe ich gehört, würden wir uns auch freuen, denn nacht ich zu dir noch, der ein oder andere bleibt. Zum Abräumen eben, aber das haben wir alle erwähnt. Ansonsten kommen wir jetzt zur großen Sieger herrung. Meine Herren, streiten Sie total unter dem donneren Applaus, dieser wahnsinnigen Beute hier. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.